das Ding das braucht immer noch rum ja erstmal die wichtigsten machen ja das sind in der 10 und sichern und der alt 2 Doppelklicker Maus die klickt dreimal so schnell einfach hinlegen das Mikrofon in deine Richtung drehen und gut ist das reicht vollkommen aus sowas in der Art habe ich auch liegen mit dickeren Muscheln aber ich benutze nur das Mikrofon das Ding liegt einfach hier ca. 30 cm von meiner Tastatur entfernt halben Meter von dir entfernt so, wirklich so scheißreicht aus ja als ganz die oberste Reihe geht auf jeden Fall außer die Taser ne aus irgendeinem Grund was richtig scheißes ja die brauchen wir aber für morgen für die Kadetten ja ok wir sind online wir sind online Luca noch ein Luca noch ein Luca Luca willst du dir ein bisschen Geld verdienen? ich bin gleich auch in der Aktion bei dir auf deinem Enghof ich bin zivilist und ich bin in keiner Fraktion so könnte er mir doch mal wie mir fallen gewähren oder? man ich will doch gar nicht klingeln ich will in den Knast ich will mir das mal angucken ich klinge nicht ja können wir dich auch einfach so reinbringen ja könnte er machen aber doch aus der zu wissen ich komme in den Enghof ja kannst du überall hingehen da kommst du überall hin auch nicht hin die Flugabwehr geht nicht? nein ne ich habe von uns ich hätte sie das mal sagen können Alter ich habe mich in den Engelie reingeballert ich glaube auf der schießt die auf uns nicht ja das wollte ich doch wissen aber ich will trotzdem meinen Hofmann ja kannst du doch gut ich gehe jetzt auf den Innenhof gib mir sechs Worte jetzt knastest du mich ein du musst ich dafür dafür nicht einklassen nein du knastest mich jetzt ein das ist doch Unlock dann töte ich dich jetzt dann ist es der der kommt noch her Überfall in Safe Zone pass auf das geht nach Zug ja na gut dann muss ich wohl eure Autos zu Klump schießen das kann ich wenn da jemand drinsitzt bin ich kaputt ja aber wir sind wir sitzen nicht dann ich weiß doch welchen anmachen kann ne du kannst ja nicht mal in die Fahrzeuge einsteigen ich kann sie aber anmachen nein das geht nicht dafür musst du ja auf dem Fahrersitz sitzen es reicht es reicht von Weizen die Animation und dann anmachen glaub mir ich brauche nur so einen weißen End